Hi, schön, dass du wieder zuschaust und willkommen zu Harry Potter Hogwarts Mystery. Ich habe ja so oft das ja schon mitbekommen, dass das kommen soll und ich bin sehr gehypt drauf gewesen, weil ich bin, ich würde jetzt mal sagen, kein riesiger Fanboy und ich weiß wahrscheinlich bei weitem nicht so viel wie richtige, heftige Fanboys oder Fangirls von Harry Potter, aber ich muss sagen, ich bin schon ein Riesenfan davon. Also ich liebe Harry Potter, ich liebe das Universum und genauso gespannt war ich halt auch auf dieses App, auf dieses Spiel. Ich habe es mir auf dem Handy kurz runtergeladen, habe es ganz kurz angespielt, aber nicht dolle weit und habe gesagt so, hey, warum nehme ich das nicht auf? Warum lade ich das nicht als Video, beziehungsweise als Videos, also in eine Reihe auf meinem Kanal hoch, soweit es natürlich geht, weil ich weiß natürlich nicht, was genau alles in der App passiert. Wenn ich jetzt irgendwie rausgehen muss, um irgendwas zu sammeln, kann ich das natürlich mit BlueStacks nicht machen, denn ich mache das hier alles über BlueStacks, denn über Android, es gibt da noch ein paar Möglichkeiten, aber ich habe es einfach leider nicht hinbekommen, ich bin da einfach ein bisschen zu doof für, keine Ahnung. Aber wir sind jetzt hier und können unseren Charakter auswählen und das mache ich jetzt mal, denn wir sind auf jeden Fall ein Zauberer, keine Hexe und würde sagen, annehmen. Jetzt können wir unser Gesicht hier auch noch, oh, das ist ja richtig gut, das ist richtig geil, wir können unser Gesicht hier noch ein bisschen anpassen, ja, wir können uns auch zum Beispiel auch ganz, ganz dick machen, ich meine, er wird vielleicht ein bisschen zu mir passen, aber ganz dick weiß ich nicht, möchte ich nicht haben. Ich würde sagen, wir nehmen das hier, das ist doch einmal ganz, ganz fein. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir noch eine andere Gesichtsfarbe nehmen, wollen wir die behalten? Ne, das ist ein bisschen gelb, ne? Das sieht eigentlich ganz gut aus, passt das zu mir, ja, ne? Weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu dunkel, ne? Ja doch, würde ich sagen, ne? Machen wir das so. Ich gucke nebenbei noch in die Kamera, ob das zu meinem Gesicht passt. Und jetzt kommt natürlich die Nase. Oh ja, das ist Pinocchio, warte. Lüg, Pinocchio, lüg! Zack, er hat gelogen. Auf jeden Fall schauen wir mal, was nehmen wir denn hier für eine Nase. Okay, das ist ein bisschen heftig. Ja, okay, mhm. Okay, das ist schon ein bisschen groß, ne? Man kann die sogar drehen, ja, perfekt. Ich mache das alles mit der Maus, deswegen sind ja auch ein Mauszeiger, nicht meine Hand. Okay, ähm. Müssen wir natürlich schauen, also so ist es schon ein bisschen groß, die Nase, ne? Ich würde ja sagen, die Nase passt relativ am besten zu mir. Und dann schauen wir mal ganz kurz, was nehmen wir denn für eine Augenform? Nee, nein, nein, oh nein, auf gar keinen Fall. Sieht sehr weiblich aus. Das könnte man eventuell nehmen. Nehmen wir das. Wir haben natürlich blaue Augen. Warte, ob man das sieht, sieht man das? Dass ich blaue Augen habe. So, und dann gehen wir natürlich zu den Augenbrauen. Und, ähm, ich würde sagen, die passen schon eigentlich relativ. Und jetzt kommt der Mund. Und ja, dann beim Mund nehmen wir dann... Ne, den auf jeden Fall nicht. Ja, der ist ein bisschen zu groß. Wir nehmen den, ne? Ist ja ganz klar. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz mal gucken. Wir können irgendwo nochmal die Haare da, die Haare auswählen. Ähm, und das, was nehmen wir denn da? Nehmen wir das? Oder nehmen wir das? Ich glaube, wir nehmen das, oder? Und dann nehmen wir natürlich eine schöne gelbe Farbe. Aber nee, das nehmen wir die gelbe Farbe. Ich denke mal, das sollte doch eigentlich... Ich meine, ich muss wieder bald mal zum Früher, aber das sollte zu meinen Haaren noch am besten passen, ne, Freunde? Würde ich sagen, ne? Also, weil das hier ist eher... Es sei ja meine Haare nicht. Wir sind ja eher wuschelig. Also, passt das doch eher, glaube ich, eher zu meinen Haaren. So. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück und sagen, ja, Avatar abschließen, ne? Ja, okay, machen wir. So, ich bin so, 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 so gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es euch gefällt. Ladet euch die App auf jeden Fall runter. Deswegen habe ich unten rechts auch extra reingepackt. Hogwarts, Mystery, Get On... Oder Get It On Google Play, Freunde. Denn, äh, ladet es euch runter. Es ist kostenlos. Und ich glaube, im Apple Store gibt es das auch. Nur im Windows Store habe ich das nicht gefunden. Weil ich wollte es erst über, äh, über den Microsoft Store besuchen und spielen. Weil da kann ich es natürlich direkt auf dem Computer machen. Aber leider nicht. Hallo, ich bin Ro... Wie spricht man denn aus? Rovan? Ich sage jetzt mal Rovan. Rovan Kahana. Bereitest du dich auf deine Zeit in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei vor? Ja, klar. Ja, aber die Winkelgasse verwirrt mich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Na, das ist der typische Kalle, ne? Der weiß wieder nicht, wo er was machen soll. Der ist wieder komplett überfragt. Da kann ich helfen. Ich habe die Geschichte Hogwarts als Vorbereitung auf mein erstes Jahr gelesen. Ich bin daher so etwas wie ein Hogwarts-Experte. Oh, das klingt natürlich gut. Du solltest bei Flowers and Bloods anfangen. Dort findest du alle Bücher, die du brauchst. Okay, machen wir das mal. Zack, sprich mit Rovan. Ja, haben wir erreicht. Ansehen. Zack. Deine Bücher holen, Flowers and Bloods. Okay, machen wir. Los geht's. Und da gehen wir rauf. Da. Oh, jetzt lädt's. Und ich denke mal, wir sind jetzt. Ja, wir sind in der Bibliothek. Beziehungsweise im Bücherladen. Und da kriegen wir schon wieder eine Bemerkung. Machen wir mal. Zeit, deine Bücher zusammenzusuchen. Tipp auf leuchtende Gegenstände, um Aktionen auszuführen und Belohnung zu verdienen. Okay, wir tippen drauf. Bücher nehmen. Ach, nochmal. Bücher nehmen. Okay, noch ein Buch. Bücher nehmen. Zack. Ah, okay. Wir oben. Oben rechts kriegen, haben wir diese, diese, das sind wahrscheinlich Energiepunkte. Und so können wir switchen. Ja, okay. Das ist natürlich gut. Tippe auf einen anderen leuchtenden Gegenstand, um eine weitere Aktion zu beginnen. Bei manchen Aktionen musst du mehrmals tippen. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Dann machen wir das. Ja, zack. Und zack. Das kostet, wie gesagt, Energiepunkte. Ihr seht es. Und jetzt 3 Minuten 34, dann kriegen wir wahrscheinlich, denke ich mal, eine wieder dazu. Tippen wir mal hier drauf. Umblättern. Okay, zack. Umgeblättert. Dann haben wir hier wieder leuchtend und nehmen alle mit. So. Und, okay. Das war es wahrscheinlich. Ich habe alle Bücher auf meiner Liste gefunden. Vielleicht kann Rowan mir helfen, den Rest meiner Schulsachen zu finden. Das ist doch eine gute Sache. Deine Bücher holen. Zack. Haben wir fertig. Ansehen und auf. Los. Aufs Winkelgasse wieder. Und da ist wieder der Rowan. Hallo, Rowan. Danke für deine Hilfe, Rowan. Ich konnte alle meine Bücher finden. Ja, vielen Dank. Wow. Cool. Ich freue mich auf Hogwarts. Das ist, dass ich ganz vergessen habe, nach deinem Namen zu fragen. So, wie nennen wir uns natürlich? Wir nennen uns natürlich ganz klar Kalle. Und dann nennen wir uns natürlich Knallkrieger. Kalle Knallkrieger. Ja. Kalle da vorne mit Knallkrieger. Der Nachname. Und wer sich jetzt fragt, Knallkrieger. Knallkrieger ist mein Twitch-Name, Freunde. Also, wer Bock hat, einfach mal vorbeischauen. Dort kommen andere Spiele als hier. So. Bestätigen. Mein Name ist Kalle Knallkrieger. Perfekt. Okay. Ich heiße Kalle Knallkrieger. Schön, dich kennst du dann, Kalle. Ja, ebenfalls. Freut mich auch. Und noch viel mehr freue ich mich auf Hogwarts. Oh ja, ich auch. Ich bin so gespannt. Ich weiß. Ich schaue mir dann meinen Brief andauernd an, seitdem er angekommen ist. Kann ich deinen mal sehen? Oh, jetzt können wir auch lesen. Oh, geil, geil. Hallo, Kalle Knallkrieger. Es freut uns, dir mitteilen zu dürfen, dass du an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei angenommen wurdest. An Mai findest du eine Liste aller nötigen Bücher und Utensilien. Der Unterricht beginnt am 1. September. Wir erwarten deine Eule spätestens bis zum 31. Juli. Ja, unterschrieben von Minerva McGonagall. So sieht's aus. Richtig, richtig cool. Hervorragend. Das passt wirklich. Hervorragend. Ich habe schon alles Schulsachen, aber meine Mutter hat mir etwas Geld mitgegeben, damit ich mir etwas Besonderes für die Schule kaufen kann. Ich möchte, dass alle in Hogwarts sehen können, dass ich ein ernsthafter, intellektueller auf dem Weg zum Schulsprecher bin. Mhm. Was soll ich mir kaufen, Kalle? Ach, jetzt soll ich auch noch. Oh, interaktiv. Geil. Einen eleganten Schal, einen praktischen Pullover, einen coolen Hut. Gut. Das ist jetzt die Frage. Ich würde dann natürlich sagen, entscheidet ihr oder entscheidet du da draußen. Ja, falls du neu bist, bitte nicht wundern, warum ich ab und zu du und ihr sage. Ich bin gerade dabei, das Umsenderen auf du zu gehen, denn man sitzt ja normalerweise alleine vorm Computer, guckt sich das an. Und ich weiß, wenn man das Video guckt, haben natürlich mehr Leute das geguckt, deswegen auch ihr. Aber ich möchte gerne die Person an sich ansprechen. Also bitte nicht wundern, wenn da immer noch ihr und du kommt. Das versuche ich gerade ein bisschen zu ändern. So, einen eleganten Schal, einen praktischen Pullover oder einen coolen Hut. Ich glaube, ich nehme den Fifty-Fifty-Joker oder den Telefon-Joker. Nee, jetzt mal wirklich schwierig zu sagen. Also ich habe jetzt bei mir in der privaten Version auf dem Handy, habe ich jetzt den coolen Hut genommen. Aber ich würde eher sagen, lassen wir ihn den eleganten Schal nehmen. Wie wäre es denn mit einem schönen Schal? Tolle Idee. Mit einem Schal sieht jeder geleert aus. Das stimmt schon eventuell, ne? Während ich meine Kleidung besorge, solltest du dir dann einen Zauberstab von Ollivander holen. Uh ja, Zauberstab holen. Geil, geil, geil. Zack, wieder. Zack, fertig. Und jetzt ansehen und los. Und da haben wir dann auch schon Ollivanders. Sehr gespannt. Ollivanders! Ja, man kennt's, ne? Man kennt die Kulisse aus dem Film. Wir gehen nach vorne, drücken hier drauf. Ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich bei Ollivander bin. Hier bekommt jeder seinen ersten Zauberstab. Yay! Ja, da freut er sich, der Kalle. Ein bisschen dünn sieht er aus. Hallo, ich bin Garrick Ollivander. Ah, nee, warte. Hallo, ich bin Garrick Ollivander. Sie sind hier wegen Ihres ersten Zauberstabs, richtig? Ich habe genau das Richtige. Apfelholz, Kern aus Drachenfaser, 9 Zoll Starr. Los, probieren Sie ihn aus. So, einmal. Gut, war aber auch zu erwarten, wäre ja auch lustig gewesen. Also wäre ja ein bisschen uhrig gewesen, wenn es auch beim ersten Mal geklappt hätte. Weil wir kennen es ja alle, die Zähne aus dem ersten Teil. Und es ist schon, ne? Es gehört dazu. Das tut mir leid. Das war nicht Ihre Schuld. Der Zauberstab wählt seinen Zauberer aus. Und dieser Stab ist eindeutig nichts für Sie. Als Ihr Bruder seinen ersten Zauberstab ausprobierte, ist mein Lieblingszentenfass explodiert. Oh, das tut mir aber leid, ne? Sie haben meinen Bruder gekannt? Und ich erinnere mich an jeden Zauberstab, den ich verkauft habe. Seiner war aus Ahornholz, Drachen, Herzfaserkern, 10 Zoll. Ein hervorragender Zauberstab. Ein Jammer, dass er in der Mitte durchgebrochen wurde, als man ihn von der Schule verwies. Oha, was hat der denn gemacht? Ich meine, wenn wir uns jetzt mal an die Teile von Harry Potter denken, wie viel Mist die da gebaut haben. Und sagen wir mal, wie schwer es eigentlich ist, von der Schule verwiesen zu werden. Man macht ja so viel Blödsinn dort. Oder auch Harry Potter, Hermine und so. Die haben ja so viel Mist gebaut, die Clique. Und die sind nie von der Schule geflogen. Da muss man sagen, okay, was hat er jetzt gemacht? Da ist man schon ein bisschen geschockt, ne? Angeblich ist er von zu Hause abgehauen, nachdem er rausgeworfen wurde und wird seitdem vermisst. Das kann nicht einfach für sie gewesen sein. Ja, was soll ich darauf jetzt antworten? Ja, schon. Das tut mir irgendwie leid, dass er einfach verwiesen wird. Er hat uns geliebt. Er hat Horcourts geliebt. Hoffentlich geht es ihm gut. Ja, das hoffen wir wirklich mal, ne? Vielleicht wird er ja der nächste Dunkle Lord oder so. Das könnte man jetzt natürlich vorstellen, ne? Aber das wäre natürlich auch super. Yay, der Dunkle Lord, der Neue ist mein Bruder. Juhu. Toll. Empfindsamkeit kann eine große Stärke sein. Ich glaube, ich habe genau den richtigen Zauberstab für sie. Akazienholz, Kern aus Einhornhaar, 12 Zoll, biegsam. Okay, bin ich gespannt. Und jetzt schauen wir mal. Klappt es? Und es klappt. Perfekt. Wir haben unseren Zauberstab gefunden. Akazienholz. Okay. Wunderbar. Da freut er sich. Ich bin gespannt, welchen Weg sie wählen werden. Natürlich einen guten Weg. Hoffen wir doch, ne? Wer weiß, was das Spiel so für uns bereitstellt. Vielleicht sagt das Spiel auch so, ne? Du wirst der nächste Dunkle Zauberer. Das wäre natürlich noch schlimmer. So. Zurück zu Rowan. Und jetzt schauen wir mal, ob Rowan den Schal hat. Oh, der hat einen Schal. Jawoll. Rowan. Hey, Rowan. Hey, Kalle. Wie findest du meinen Schal? Ja, der sieht cool aus. Der steht dir. Du siehst aus wie der clevere Erstklässler in Hogwarts. Das war dein Vorschlag. Ich werde ab jetzt immer bei dir nachfragen, wenn ich einen Rat zu meinen Klamotten brauche. Ja, ob das immer so gut ist, ist eine andere Frage. Irgendwann läufst du rum wie ein Kasper. Warte, ist das ein Zauberstab aus Akazienholz? Ja, woher weißt du das? Die Baumschule meiner Familie produziert Holz für Zauberstäbe und Besen. Oh, cool. Wenn ich zu Hause bleibe und lese, muss ich außerdem nicht draußen auf dem Hof helfen. Dazu kommt, dass ich nicht wirklich Freunde habe. Wir können Freunde sein. Oh ja, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Der hat gleich von Anfang an so deep und nett geholfen. Das wäre doch ein guter Freund, muss man sagen. Du findest mich nicht zu seltsam? Die meisten Leute finden mich seltsam. Nö, warum denn? Das sagen viele Leute. Auch über mich. Siehst du, ich bin auch seltsam. Ich bin halt der dicke Typ. Warum sollte jemand so etwas über dich sagen? Nein, weil ich der dicke Typ bin. Nein. Okay, mein Bruder war Jacob Knallkrieger. Oh, das klingt natürlich, ne? Okay, Spaß beiseite. Derselbe Jacob Knallkrieger, der von Hogwarts geflogen ist, weil er auf der Suche nach den sagenhaften verwunschenen Verließen die Schulringen gebrochen hat? Okay, jetzt wissen wir, was er getan hat, warum er von der Schule geflogen ist. Der Tagesprophet hatte ein Leitartikel darüber. In der Schule wissen bestimmt alle Bescheid. Ich weiß, sie werden mich auch alle seltsam finden. Dann sind wir eben gemeinsam seltsam. Wie soll ich mich verhalten, wenn dir jemand wegen deines Bruders Probleme macht? Still bleiben, mir alles nachmachen. Was heißt mir alles nachmachen? Das kommt mir komisch vor. Du bist doof. Du bist doof. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Nein, still bleiben. Das regelt ich auf jeden Fall selber. Tu bitte einfach gar nichts. Ich will nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Das ist auch eine gute Entscheidung eigentlich, ne? Wir sind ja nicht Harry Potter. Kapitel 1 abgeschlossen. Die Reise beginnt. Und ich würde sagen, da wir ja Kapitel 1 abgeschlossen haben, beschließen wir auch dieses Video hier ab. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Harry Potter Video. Ich werde das gleich im Anschluss aufnehmen. Aber es wird natürlich vielleicht ein, zwei Tage dauern, bis es wieder ein neues Video rauskommt. Und ich hoffe auch, ich bin mal so gespannt, ob ich Ärger von Jam City bekomme. Ich habe extra keine Musik angemacht. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich im Hintergrund ein bisschen Musik laufen lassen habe. Kann auch sein, dass ich es nicht gemacht habe, weil immer schauen, ob man da irgendwas Vernünftiges findet, was im Hintergrund läuft. So ein bisschen was, so ein bisschen danach klingt, so ein bisschen Harry Potter mäßig. Weil ich natürlich die Rechte an dieser Musik hier nicht besitze. Und wie gesagt, ich hoffe, ich werde jetzt keinen großen Ärger von Jam City bekommen, dass ich das hier jetzt hier aufnehme und hochlade. Ja, ich werde mich wahrscheinlich mal bei denen melden. Und wenn sie sagen, also wenn ich das machen darf und ohne Monetarisierung, dann schalte ich die Monetarisierung natürlich aus. Ist ja ganz klar. Denn dann ist mir das eigentlich relativ egal, ob ich damit Geld verdiene oder nicht. Ich meine, so viel ist es ja sowieso nicht. Es ist jetzt keine Unmenge an Geld. Es ist halt ein kleines, nettes Taschengeld für nebenbei. So, Freunde. Oder bist du sowieso da draußen? Du, Kleiner. Auf jeden Fall, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Und ich hoffe, ich sehe dich zum nächsten Video wieder. Und wenn du noch Bock hast und ein bisschen denkst, okay, der Typ, der dicke Typ ist cool, ja, dann schau dich auf dem Kanal einfach ein bisschen um. Und vielleicht findest du ja noch etwas, was dir so gefällt. Also in diesem Sinne, hau da Rinde, macht's gut. Auf Wiedergeschauen. Bis zum nächsten Mal.